So, im heutigen Video möchte ich euch mal ganz kurz zeigen, weil es einige ja auch interessiert, wie mein aktuelles Training gerade so aussieht, was ich so mache und was ich eventuell noch ändern werde und wohin das Ganze geht und so weiter und so fort. Also, heute haben wir den 16. Januar. Am 18. Januar ist der Marathon, ach nicht Januar, sondern Februar ist der Marathon bei dem Wertlicher Straßenläufen. Dem würde ich gerne mitlaufen, also noch einen Monat jetzt mich vorzubereiten auf dem Marathon. Da bin ich doch mal gespannt, aber ich bin guter Dinge. Wie sieht es aus? Und zwar hatten wir ja erst den Dezember hier oben. Also, man sieht hier November war richtig gut mit Training, da habe ich mich richtig gut vorbereitet auf den Ultralauf. Der war, glaube ich, am 12. war der und danach habe ich immer noch weiter trainiert für den Getting Tough am 2. Dezember hier und habe da eben richtig Gas gegeben. Nach dem Getting Tough habe ich mir gedacht, so, jetzt machst du erst mal eine Woche einfach locker, weil ich natürlich dann auch richtig fertig war, Muskelkater hatte und so weiter, habe dann erst mal gar nichts gemacht. Hier noch einen kleinen Wettkampf gemacht, 10 Kilometer in Burg Steinfurt. War schon richtig schwer, weil ich da auch Kohlenhydrate gegessen habe. Also, ab hier war ich eigentlich, ja, raus aus der Ketose, bin dann aber mal kurz wieder reingegangen, bin dann wieder rausgegangen wegen Weihnachten und so weiter. Und man kann eigentlich sagen, dass ich dann hier so die letzten, ja, vier Wochen eigentlich im Dezember überhaupt nichts gemacht habe an Training und auch mit den Kohlenhydraten sehr übertrieben habe, also auch hier nicht mehr in Ketose war. War eben meine Off-Season jetzt mal über Weihnachten und den Winter nach den ganzen Wettkämpfen einfach mal zu sagen, ich gucke einfach mal, ich lasse es mir einfach mal gut gehen und gucke mal, wie es mir geht. So, dann habe ich eben nur leichte Sachen gemacht, habe hier noch ein paar Intervalle mit jemandem gemacht, aber ab dann war es eben gar nichts mehr. Ja, da waren nur zehn Kilometer ganz locker die ganze Zeit hier in 46. Auch an Weihnachten habe ich nur fünf Kilometer gemacht, auch die Tage danach nur ganz locker. Das fiel mir schon richtig schwer hier, habe ich mir auch immer alles notiert. Quasi, dass das Ganze richtig träge und schwer war mit den ganzen Kohlenhydraten. Die Intervalle wurden auch immer langsamer und langsamer. Also, am Anfang hatte man hier noch ein Tempo von 2,50 oder so und am Ende war es dann wirklich nur ein Tempo von über drei Minuten. Also, wurde immer langsamer mit den Intervallen und dementsprechend hat man schon gesehen, hä, da geht nicht mehr viel. Dann habe ich über Weihnachten gar nichts gemacht, wir waren viel feiern und so weiter. Am 29. bin ich nochmal fünf Kilometer locker laufen gewesen. Das war auch eine Katastrophe und habe mir dann eben gesagt, so, mit der Januargruppe jetzt, mit der Abnehmengruppe und so weiter, starte ich jetzt am 1.1. dann wieder voll durch. Ich habe dann angefangen, eben die Kohlenhydrate wieder wegzulassen, mich ketogen zu ernähren. Am 2. Januar dann die erste lockere Trainingseinheit. Ging mir noch richtig schlecht da. Ich hatte eine ziemlich hohe HRV. Das bedeutet, dass mein Parasympathikus extrem aktiviert ist und ich extremst müde war. Also, ich habe die zwei, drei, vier Wochen vorher richtig gemerkt jetzt, wieder in der Umstellungsphase. Ich war extrem platt und auch die Zeiten dann beim Laufen waren extrem schlecht, weil ich ja wirklich gar nichts gemacht hatte mehr vorher. So, dann ging es weiter. Der Mittwoch auch wieder fünf, also ich habe mich wirklich aufgerafft, da überhaupt etwas zu machen. Einfach mal trotzdem fünf Kilometer zu laufen. Mussten noch keine Intervalle sein oder sonst was, sondern einfach nur rauslaufen, irgendetwas machen. So, dann am Donnerstag habe ich dann mal laufen sein lassen, hatte so ein bisschen Muskelkater, selbst von den fünf Kilometern und habe dann eben auf der Radrolle was gemacht, also alternatives Training dann gemacht, so ein bisschen Intervalle und so weiter und so fort. War hier aber doch nochmal fünf Kilometer locker so auf dem Laufband, was machen dann abends noch. Das war auch völlig in Ordnung. Danach nochmal kurz so ein paar Intervalle, so ganz klein, hier so fünf Minuten lang gemacht, um auch mal die Kohlenhydratsspeicher richtig leer zu bekommen. So, dann auch fünf Kilometer wieder danach gelaufen. Am Samstag dann mal den ersten langen Lauf jetzt wirklich seit über einem Monat gemacht und das war extrem schwer. Da habe ich dann auch versucht, hier einen Kilometer einzulaufen quasi. Und dann eben einen Kilometer relativ schnell zu laufen, dann wieder langsam, schnell, langsam, schnell. Dann habe ich schon gemerkt, jetzt geht mir die Puste aus. Da ging auch die Herzfrequenz richtig hoch hier auf 193, 195. Und da habe ich gesagt, boah, nee, das war richtig für den Arsch. Dann bin ich weitergelaufen, noch fünf Kilometer. Und die letzten fünf Kilometer wurden auch richtig langsam. Also 220 Watt habe ich hier maximal so gelaufen, was einer Pace von fünf Minuten hier entspricht. Und die Herzfrequenz war trotzdem extrem hoch hier bei 185, 186 und so weiter und so fort. Das ging nach hinten nochmal ein bisschen höher, obwohl ich immer langsamer geworden bin. Also ich habe hier schon gemerkt, dass die lange Strecke, die hat schon richtig gezogen an meiner Kraft. Naja, was will man auch erwarten, wenn man vorher nichts macht und dann in der Umstellungsphase ist und dann wieder anfängt. Aber gut, habe mich dann eben durchgebissen, die zehn Kilometer dann auch danach noch gelaufen. Auch ganz, ganz lockeres Tempo, wirklich hier fünf Minuten Tempo. Und habe trotzdem weitergemacht, dann fünf Kilometer dann entsprechend am Montag zur Regeneration so ein bisschen Rekom laufen. Am Dienstag dann auch wieder auf dem Laufband was gemacht. Hauptsache machen, da habe ich auch so ein bisschen Tempo-Wechsel-Zeugs gemacht. Am Mittwoch habe ich dann wieder 15 Kilometer gemacht und diesmal war es deutlich besser. Also hier bin ich dann entsprechend schneller gelaufen als vorher. Hier die ganze Zeit so bei 240 Watt gelaufen und meine Herzfrequenz war um zehn Schläge niedriger. Also das ist natürlich schon dann ein extremer Unterschied gegenüber zu dem Samstag hier, wo meine Wattzahl hier bei 220 war und meine Herzfrequenz zehn Schläge höher. Also man sieht, man kommt relativ schnell wieder rein, wenn man das dann kontinuierlich macht und wenn man auch macht. Ja, also wenn man dann auch wirklich von Tag zu Tag wirklich sich überlegt, was kann ich jetzt am besten heute rausholen. So, dann mal einen Tag Pause gemacht, weil nach dem 15 Kilometer auch Muskelkater. Am Freitag dann wieder 15 Kilometer. Das Tempo dann ein bisschen erhöht und hier auch wieder Intervalle gemacht. Heißt also langsam angefangen Kilometer, Kilometer schnell, langsam schnell, langsam schnell. Diesmal fünf Stück davon gemacht. Und man sieht auch hier schon nach hinten raus konnte ich deutlich schneller werden. Da habe ich jetzt schon 250 Watt, 260 Watt so ungefähr gemacht und das war natürlich deutlich, deutlich besser. Herzfrequenz natürlich höher gewesen, aber die Wattzahl und die Geschwindigkeit hier war jetzt wirklich um die vier Minuten Pace. Das heißt, hier habe ich schon gemerkt, jetzt habe ich fünfmal Intervalle vorher gemacht. War überhaupt gar kein Problem, dann auch noch die fünf Kilometer jetzt langsam zu steigern. Und das sieht man, also eine Woche habe ich wirklich hier jetzt ordentlich gebraucht an Training, um da wieder richtig reinzukommen, auch um überhaupt wieder die langen Strecken laufen zu können. So, einen Tag danach habe ich mir gesagt, so 20 Kilometer mache ich jetzt wirklich Recom laufen. Das bedeutet, extrem langsam. Ja, also schon so fast über Spazieren gehen, also hier fünf Minuten, 14 und so weiter, so ein Tempo gelaufen, richtig langsam generell. Und dann sieht man das auch an den Wattzahlen, so um die 200, 210 Watt bin ich ungefähr gelaufen die ganze Zeit. Wenn es natürlich berghoch geht und deshalb ist Wattlaufen gar nicht mal so schlecht. Hier sieht man, dass die Geschwindigkeit natürlich extrem runter geht auf dem Berg, 630 Watt. Aber die Wattzahl bleibt gleich, geht sogar ein bisschen hoch, 220 Watt, 210 Watt. Das heißt, ich kann mir hier mein Tempo oder meine Kraft entsprechend gut einteilen, indem ich nach Watt laufe und nicht nach Geschwindigkeit an so einem Berg. Weil die bricht natürlich ein, die Wattzahl aber nicht und dementsprechend bleibt auch die Herzfrequenz hier konstant. Also hier auch die ganze Zeit eine Herzfrequenz gehabt, losgelaufen bei 155. Am Ende dann auch, gut, da geht es bergab wieder, berghoch mal 170 gehabt. Das ist für mich, wenn ich einen Maximalpuls habe von 202, 205 sowas, ist das auch noch sehr, sehr wenig. Meine Wettkämpfe laufe ich bei 190 oder da drüber. Und dementsprechend wirklich rekommen extrem langsam. Hier habe ich mich auch sehr gut gefühlt, kein Muskelkater gehabt, war super. Den Tag danach habe ich dann auch einfach nochmal fünf Kilometer locker gemacht, weil ich mir gesagt habe, so, jetzt hast du Samstag 20 Kilometer gemacht. Den Sonntag belastest du jetzt nicht nochmal die Beine nochmal neu, sondern machst einfach nur ganz lockere fünf Kilometer. Genauso wie eben das andere Tempo hier bei 20 Kilometer. Und ab Montag habe ich dann richtig losgelegt jetzt und habe dann eben auch zehn Kilometer mal ein bisschen zügiger gemacht, mit fünfmal 500 Meter Intervallen so ein bisschen dazwischen so eingebaut. Also wenn ihr schon unterwegs seid, dann lauft nicht konstant ein Tempo durch, sondern versucht das Ganze auch mal als Tempowechsel zu machen, denn dann kommt man auch mal an seine Wettkampftempo ran. Mein Wettkampftempo auf zehn Kilometer sind jetzt auch 200, ja, 205 Watt ungefähr. Und da komme ich dann eben auch mal drüber und so weiter und so fort. Und dementsprechend ist das dann eine sehr gute Trainingseinheit. Auch die Herzrückgrenze geht dann natürlich mal hoch, was auch super ist. Und so kann man das Ganze dann gestalten. Und wenn man nach Watt läuft, kann man das entsprechend am Berg auch mitnehmen. So, und dann war das eben so. Und heute war eben eine sehr gute Trainingseinheit, wo ich auch keine Probleme mehr mit hatte. Also ich bin jetzt wirklich wieder voll drin im Training. Vielleicht noch nicht ganz an den Intervallzeiten wie am Ende November, aber jetzt schon mal richtig gut dabei und dass ich auch keinen Muskelkater mehr habe, was sehr wichtig ist. Heute habe ich dann entsprechend hier ja erst einen Kilometer einlaufen mit ein bisschen Lauf-ABC. Dann gab es eben die Intervalle hier erst 100 Meter fünfmal und dann fünfmal 200 Meter Intervalle gemacht. Und das Ganze natürlich bei einem guten Tempo. Das bedeutet, ich bin hier bei den 100 Metern hoch auf über 400 Watt dann eben teilweise gekommen. Und bei den 200 Metern waren das so 350 Watt oder sowas müssten das dann gewesen sein. Also die Pace oder die Geschwindigkeit war dann so um die 33, 34 Sekunden auf 200 Meter. Und das ist schon mal sehr gut. Kurz danach bin ich dann weitergelaufen. Also die Uhr dann gestoppt nach den Intervallen, wieder gestartet, weitergelaufen, fünf Kilometer nochmal wieder Rekom gemacht und abends nochmal fünf Kilometer auf dem Laufband. Alles ohne Probleme, voll ketogen jetzt auch in der Woche mit nur Fleisch. Und dementsprechend seht ihr mal, dass es wirklich auch wieder Durchhaltevermögen braucht, wieder reinzukommen, wenn man mal wirklich einen kompletten Monat draußen war aus dem Training und ja eigentlich fast gar nichts gemacht hat, wieder voll Carbs gegessen hat und so weiter, dann aber voll abgekackt ist. Dann die erste Woche muss man wirklich überstehen. Die ist wirklich extrem schlimm. Aber wenn man dann wieder drin ist, die nächste Woche geht dann wieder, dann fühlt man sich wieder richtig gut. Man macht eher dann weniger Intervalle, sondern eher lockere, langere, längere Läufe, damit die Fettverbrennung wieder richtig in Wallungen kommt. Und dann kann man eben wieder anfangen, starten, auch jetzt wie jetzt mit Intervalltraining, auch kurze Intervalle, Tempotraining und so weiter. Und jetzt habe ich eben bis zum Marathon entsprechend dann noch Zeit. Der ist hier am 18. Das heißt, ich habe jetzt hier diese Woche noch ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen Zeit. Also vier Wochen, sage ich jetzt mal, Zeit, um wirklich noch zu trainieren, damit ich eben auch zwei Tage vorher vielleicht mal ein bisschen das Training runterfahre und so weiter. Also vier Wochen jetzt durchgehend voll reinkloppen für den Marathon. Da wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Letztes Jahr habe ich da gewonnen. In zwei Stunden 46 war das, glaube ich, oder 45. Und diesmal möchte ich auf jeden Fall drunter bleiben unter die zwei Stunden 45, vielleicht sogar mal an die 2,40 ran und dann mal gucken, was noch so geht. Ja, ansonsten über die Zeit sieht man auch das Training beim Trend dann entsprechend sehr gut. Beziehungsweise beim Trend müssen wir gucken. Da kann man eben auch alles sehr gut nachvollziehen, quasi was die einzelnen Trainingseinheiten betrifft. Kann sich hier, deshalb ist Golden Cheater eben auch so gut, kann sich hier mal angucken, wo man denn seine Critical Power dann mal so zwischendurch erreicht hat. Gehen wir mal nur aufs Laufen. Wie sich das dann entsprechend erhöht hat oder nicht erhöht hat. Also hier sieht man, bei 294 bin ich die ganze Zeit stecken geblieben, bin ich dann irgendwann mal gelaufen bei einem Wettkampf, fünf Kilometer und bin bis jetzt noch nicht drüber gekommen. Und die fünf Minuten maximal Wattleistung und so weiter kann man dann eben sehen, wo sich die höchsten Zahlen dann tummeln. Also hier auch natürlich bei dem Wettkampf, bei dem Wettkampf in Burgsteinfurt hier. Und ja, so kann man das sich dann angucken und das ist natürlich wichtig. Hier sieht man auch, mein Gewicht war vorher im Oktober zu den Wettkampfzeiten bei 63,64, so die Ecke 63,42. Bin ich nochmal runtergegangen auf 62 zu den wichtigen Wettkämpfen. Zum Ultralauf hier 61,9 war dann das Niedrigste, was ich dann eben voll Ketogen auch bei dem Ultralauf dann gelaufen bin. Das war ja mein Ziel. Danach sieht man, dass ich die Kohlenhydrate gegessen habe, deshalb direkt 65 Kilogramm. Und ja, das hat sich dann so fortgesetzt. Dann bin ich die ganze Zeit Kohlenhydrate. Dann bin ich einmal irgendwo, habe ich dann wieder zwischendurch immer mal so ein paar Tage wieder Ketogen gemacht. Bin aber dann wieder zurück, weil am Feiertage, Wochenende, wir sind essen gegangen, Weihnachtsfeier, was weiß ich nicht was. Und dementsprechend war mein Gewicht die ganze Zeit bei 65, ging dann hoch, hoch, hoch und habe schon richtig zugenommen da. Jetzt aber dann eben entsprechend im Januar das Gewicht dann auch wieder runtergedrückt. Da waren wir wieder auf 62,5 gewesen. Und jetzt wollen wir mal gucken, wo das hingeht. Ich möchte auf jeden Fall ein neues Tiefstgewicht erreichen und den Marathon mit 60 Kilo oder weniger dann laufen. Wollen wir mal gucken, ob das klappt. Das ist mein Ziel auf jeden Fall. Sollte in vier Wochen jetzt eigentlich machbar sein. So. Ja, das dazu auf jeden Fall. Beim Stress sieht man das sehr gut, wenn man sich das mal anguckt. Letzten Wochen, letzten zwei Monate, letzten drei Monate. Genau, hier kann man das dann auch sehen. Also im November, Oktober, November, habe ich eben sehr gut den Körper gestresst quasi. Dann habe ich nach dem Getting Tough war das genau, habe ich dann eben nichts mehr gemacht hier. Dann kam noch einmal der 10 Kilometer Wettkampf und danach war wirklich gar nichts mehr an Training. Und jetzt im Januar geht das Ganze eben wieder hoch und dementsprechend wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Sonst noch irgendwas? Eigentlich nicht. Anerobe- und Aerobe-Leistung ist ebenfalls natürlich dann wieder runtergegangen. Das ist halt so ein Rechenmodell, was dann eben hier drauf so basiert. Muss man sich jetzt nicht unbedingt mit beschäftigen. Aber ansonsten, ja, auch die berechnete VO2 Max geht natürlich runter. Solche Dinge hat aber nichts unbedingt zu bedeuten, denn man bekommt seine Leistung schon relativ schnell wieder, wenn man denn wirklich dann auch reinhaut und das Ganze dann entsprechend macht und den Körper dann auch wirklich wieder richtig unter Stress setzt. Ja, das waren bis jetzt mein Training. So sieht es bis jetzt aus. Wir können ja sonst noch mal reingucken. Strava und so brauchen wir jetzt nicht, weil wir das ja jetzt auch hier hatten. Aber die HRV-Daten, die kann man hier zum Beispiel sehen, in der Umstellungsphase waren die wirklich extrem schlecht. Ja, hier war ich bei 98, 95, 99, also so hoch hatte ich es noch nie, aber hier war ich extrem am Arsch. Also hier war ich dann wirklich richtig müde, musste mich richtig aufraffen, bin fünfmal am Tag schlafen gewesen und so weiter und so fort. Die Umstellungsphase war extrem nach den ganzen Kohlenhydraten vorher. Da war es auf jeden Fall extrem. Die neuen Daten habe ich jetzt noch nicht eingetragen, habe ich aber alle gemessen. Da ist die HRV die ganze Zeit bei 89, 90, also wieder richtig gut jetzt und das Ganze passt dann wieder. Auch das Gewicht fängt dann wieder an, richtig gut zu passen und so weiter und so fort. Und dann sollte das Ganze wohl klappen. So zu meinem Training. Wie trainiere ich jetzt aktuell? Was habe ich jetzt geplant? Das wollte ich jetzt nicht. Geplant habe ich jetzt eben entsprechend weiterzumachen, wie jetzt heute mit den Intervallen. Ich möchte eigentlich versuchen, jeden Tag so Intervalle mit einzubauen. Bedeutet, ich versuche, die erste Trainingseinheit zu machen, fünf Kilometer locker. Dann gehe ich auf die Bahn, mache da ein paar Intervalle, kurze Intervalle, 200 Meter, 300 Meter, 400 Meter. Gehe danach nochmal laufen, fünf Kilometer, so Rekomlauf, wieder Regeneration. Und dann mache ich vielleicht abends nochmal einen längeren Lauf oder eben auf dem Rad oder sowas. Krafttraining gehört jetzt auch wieder dazu. Krafttraining habe ich jetzt auch wieder eingebaut. Habe ich heute auch noch gemacht. Also heute vier Trainingseinheiten dann insgesamt. War aber super. Kein Problem, Ketogen das Ganze durchzuziehen. Und das ist eben der Vorteil, weil vier Trainingseinheiten kriegst du nicht hin, wenn du dich dazwischen immer wieder mit den Kohlenhydraten zuballerst. Da bist du voll träge, so wie es bei meinen Zeiten im Dezember war. Da kriegst du überhaupt nichts hin. Und dementsprechend wollen wir mal gucken. Ich werde das Vollketogen durchziehen jetzt bis zum Marathon. Ich werde den Marathon ebenfalls Vollketogen laufen. Ich werde auch ein Blutzuckermessgerät, habe ich jetzt wieder bestellt, den Freestyle Libre. Werde mir den auch wieder einpflanzen. Und dann kann man das Ganze eben auch sehr gut nachvollziehen, was man da eben auch gegessen hat, ob jetzt Protein und so weiter eine entsprechende Problem macht oder nicht oder wie auch immer. Wenn euch sonst noch irgendwas interessiert, so an Daten oder so, könnt ihr das gerne schreiben. Dann kann ich das gerne nochmal entsprechend aufnehmen. Aber man sieht zum Beispiel hier sehr gut, dass die Wattzahlen natürlich mit der Herzfrequenz sehr gut korreliert. Was gut, was bei Intervallen jetzt nicht unbedingt ja, was bei Intervallen auf jeden Fall zu erwarten ist eigentlich. Aber auch ansonsten, wenn man jetzt nicht unbedingt wie hier zum Beispiel, das einzige Problem beim Laufen mit Watt ist eigentlich, wenn du extrem Gegenwind oder so hattest. Hier oben hatte ich extrem Gegenwind. Ja, da bin ich so langsam geworden. Das Gerät erkennt dann aber die Kraft nicht an, die man gegen den Wind auch noch läuft, weil das natürlich nur Bodenkontaktzeit und so weiter messen kann. Aber wenn du gegen den Wind natürlich läufst, hast du deutlich mehr Kraft. Wenn du dann aber Rückenwind hast, dann geht das Gerät natürlich auch mal richtig steil und zeigt dir an, ey, du läufst gerade 320 Watt und das voll easy. Obwohl das natürlich nicht richtig ist, weil du dann entsprechend auch Rückenwind zum Beispiel hast. Wenn du aber Berge läufst und es ist wenig Wind und so weiter, ist das eine sehr gute Sache, um auch seine Pace dann zu halten. Und von daher kann ich auch nur empfehlen, sich das vielleicht mal anzugucken. Von Garmin gibt es jetzt auch, glaube ich, einen etwas günstigeren Wattmesser. Muss mal gucken, welche Geräte da vielleicht am besten geeignet sind. Der zeigt anscheinend auch ein bisschen hohe Werte an. Ja, muss man sich Testberichte mal angucken. Wenn euch das Thema aber interessiert, ist das auch eine sehr interessante Sache. Ja, das zu meinen Trainingseinheiten. Ihr seht, dass Ketogen jetzt alles wieder voll losgeht. Den Dezember lasse ich jetzt hinter mir. War eine schöne Zeit. Herr Dezember. War aber auch eine scheiß Zeit, weil man wirklich gemerkt hat, dass diese ganze Fresserei und so, dass die einen einfach überhaupt nicht weiterbringt. Also ganz ehrlich, man ist dann beim Chinesen mit Freunden und so weiter. Ich habe jetzt wirklich mal gesagt, ich mache jetzt mal drei Wochen wirklich Pause auch. Gerade nach den richtig harten Wettkämpfen, nach dem Ultralauf, nach dem Getting Tough und was da nicht alles war. Wirklich mal Pause machen, Off-Season fertig. Aber das tut einem überhaupt nicht gut. Also da zumindest im Tritt bleiben und irgendwie alle zwei Tage mal fünf Kilometer, zehn Kilometer zu laufen, das sollte man schon machen. Andere Sportarten mal machen oder so. Aber komplett aufhören, das ist schon eklig gewesen. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen hat man sich wirklich die ganze Zeit richtig fett gefühlt. Man war richtig träge, müde den ganzen Tag über. Ihr habt es gesehen an den HRV. Das kann man ja alles messen. Das ist ja alles wirklich extrem nachweisbar, wenn man die Daten eben dann auch nimmt, dass das extrem scheiße einfach ist. Und ja, was soll man dazu da noch sagen? Wir kontrollieren das. Wenn euch noch irgendwas interessiert an irgendwelchen anderen Daten, ganz kurz wollte ich eigentlich erzählen, habe ich jetzt vergessen, wie ich meine Trainingseinheiten jetzt planen werde. Ich werde polarisierendes Training eben machen. Das bedeutet, ich werde sehr harte Trainingseinheiten machen, die dann aber auch meistens nicht konform mit dem gehen, was jetzt so in den Lehrbüchern steht. Das bedeutet auch, die Bahnintervalle, die ich hier gemacht habe, das sind jetzt 200 Meter Zeiten von hier 33 Sekunden oder sowas. Ja, und dann hörst du halt immer, ja, du musst deine Intervalle in deinem 5-Kilometer-Tempo machen, in deinem 10-Kilometer-Tempo machen. Er hat drauf geschissen. Was soll der Körper denn 200 Meter in 5-Kilometer-Tempo machen? Damit kommt er ohne Probleme klar. Er muss gefordert werden. Ich möchte meinen Körper dann eben bis an die Leistungsgrenze auch bringen, dass er dann auf den 200 Metern wirklich auch alles rausholt, weil sonst bringen mir die 200 Meter nichts. Da mache ich die Pausen da eben ein bisschen länger, aber dafür werden eben die ganzen Mitochondrien, die ganzen Energiewege deutlich besser angesprochen, als wenn ich da einfach nur die 200 Meter jetzt in einem lockeren, ja, was heißt lockeren, aber in einem 5-Kilometer-Tempo mache und dann hier 40 Sekunden laufe oder 50 oder 45 Sekunden laufe. Da bin ich nicht so von überzeugt und deshalb baue ich selbst mit der Langstrecke, baue ich trotzdem 100 Meter, 200 Meter, 400 Meter mit ein und mache nicht nur 1000 Meter Intervalle. Also mein Ziel ist es eigentlich, 200 Meter, 1000 Meter oder 2000 Meter Intervalle zu machen, plus diese ganz langen, lockeren Läufe, wo ich dann aber auch mal ein paar Intervalle mit einstreue. So, das ist das Ziel. Ja, unterschiedliche Systeme ansprechen, aber immer wieder trotzdem den Muskel natürlich auch maximal irgendwie reizen. Also davon bin ich einfach überzeugt, weil es mich auch damals in meiner Jugend als 400-Meter-Läufer gelehrt hat, dass ich auch nur 400 Meter ballern kann und trotzdem auf einem Halbmarathon gewinnen kann. Also das war eigentlich auch möglich, ohne dass ich mal 10 Kilometer gelaufen bin oder so. Dementsprechend werde ich das auch beibehalten und werde euch natürlich unterrichten, was die ganze Sache betrifft. Und das ist der Fehler, den ich eben von vielen Leuten auch höre, wenn die mich fragen, hey, ich werde nicht schneller auf 10 Kilometer und so, ja, baue einfach mal Intervalle ein. Also wenn du einfach nur 15 Kilometer, 20 Kilometer jetzt locker laufen gehst, ja, dann bringt dir das nicht so viel auf den 10 Kilometern. Du solltest schon wirklich auch das Ganze mal über dein Tempo machen, also über deinen 10-Kilometer-Zeiten dann entsprechend die Intervalle auch knallen. Egal, ob es jetzt 500-Meter-Intervalle sind, 200-Meter-Intervalle mal für die Ökonomie auch, für die Laufökonomie und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, das zu machen. So, langes Video, langes Video über mein Training. Ich hoffe, euch hat das was gebracht. Wenn ich irgendwas vergessen habe, schreibt es unten rein. Wir werden sehen. Ich werde euch Ende Januar nochmal berichten, wie es aussah die letzten 2-3 Wochen jetzt hier und werde euch zeigen, wie ich mich entsprechend gesteigert habe oder nicht und ob das mit dem Marathon dann klappt, das werdet ihr auch sehen. Wenn es jetzt nicht im Arsch strömenden Regen irgendwie regnet oder schneit oder so, dann werde ich da definitiv mitlaufen. Ansonsten kann natürlich immer was dazwischen kommen, dass man nicht mitläuft. Ja, das dazu. Ich hoffe, euch hat das gefallen. So ein kleiner Einblick auch mal in mein Training. Ihr könnt es Fragen stellen, gerne unten rein. Ansonsten gerne auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das gerne in der Videobeschreibung machen. Von solchen Sachen kann man sich natürlich dann auch Startgelder zum Beispiel mal holen oder mal ein Triathlon machen und dann natürlich auch dort tolle Bilder bekommen und Einblicke und so weiter. Also bis zum nächsten Video. Euer Daniel. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.